So, hier kommt schon mal die nächste Partie, das ist der dritte. Der dritte Ballon am Abend. Hinten ist der eine und der andere ist ja schon gelandet, schade. Hallo Becker, wie geht es dir denn, Becker da hinten, Ballon Team Becker, 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 Becker. Jesse, guck mal schnell! Guck mal, da hinten fliegt, da fliegt Becker, 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 der Silberner über den Berg, da fliegt Becker. Weißt du, was ich meine, ne? Becker, 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 Konflikt so schön. Spaß, Freunde, der Ballon Team, der Ballon Club, Sportclub, der da hinten fährt, heißt Becker, eigentlich Becker. Spaß gemacht, denn die Ballon, die Ballons, der Ballon da hinten heißt Becker, Ballon Team Becker heißt eigentlich. Spaß, wenn ihr euch mal ganz gern gerne , w geht's, wenn ihr euch los sagt. Ich liebe jetzt noch Leute zuzeln, becker. Mijn, das ist schön, wenn ihr euch mal sёл Disabilityen maps macht. mit ein Schauspieler von Becker, aber zu wenigstern. Das ist mir heute! jetzt insgesamt schon 1 2 3 aber der vierte ist gelandet ich habe es noch einen einen 2 5 5 5 5 6 Ich habe aber so ein schönes großes X im Himmel, oh herrlich, kann ich auch nicht sehr gut fotografieren. Ja, drauf. 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 Ja. Ja, drauf. Ja, drauf. Ja, drauf. Ja, drauf. Vielen Dank.